Hey Leute, wie geht's euch? Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir sind back mit Arkane, sind heute beim großen Finale angekommen. Ich wollte gerade nur Folge sagen, es ist eigentlich das große Finale. Wir haben zwar noch drei Folgen vor uns, sind noch nicht bei der finalen Folge, aber der finale Akt ist draußen und ich denke mal, die meisten von euch haben das große Ende auch schon gesehen. Wir haben erst Folge 7, tu so, als wäre es das erste Mal geschaut. Wie fandest du die Folge? Ich glaube, ich nehme hier heute mit einem sehr glücklichen Elias auf. Kann das sein? Ja, das kann sehr gut sein. Also ich hatte Spaß, ja. Ey, die Folge, Mann. Lass mal reingehen. Ich will noch kein überwiegendes oder kein großes Fazit geben, sondern ich will einfach mal durch durch die Folge. Mhm, fang doch gerne an. Ich fang gerne an. Und zwar, wir bekommen jetzt hier endlich die so lange von dir geforderte Folge von Heimerdinger und Echo, dem kleinen Mann. Der kommt jetzt nämlich durch dieses Tumor-Hackstack-Ding, durch diese Anomalie in eine andere Dimension, eine andere Zeitschleife. Und dort ist alles anders. Also die ganze Unterstadt ist, ich kann das Ganze mal kurz beschreiben. Jetzt nicht nur das, was wir sehen, sondern einfach mal den ganzen Stand, dass wir nicht so, so, oder dass man hier unser Video nicht so enträtseln muss wie die Folge. Das ist eine Dimension, in der die Vision von Vendor komplett aufgegangen ist. Die Grenze zwischen Ober- und Unterstadt wurde geöffnet. Die Unterstadt floriert, ist auf demselben Niveau wie Peltover. Allen Leuten dort geht's gut. Und Echo kommt dort hinein, sieht komplett anders aus, ist in richtig schöne Kleidung gekleidet. Und es kommt eine Figur ganz nah zu ihm, und zwar eine liebe, nette, niemals verstoßene oder wahnsinnig gewordene Powder, mit der er anscheinend zusammen ist und mit der er ein Labor betreibt. Und mein Mann Benzo ist auch wieder da. Benzo ist wieder da, er ist da. Der Moment war so geil. Ey, der war wirklich cool. Und ja, für Echo natürlich ein Riesenschock, findet sich überhaupt nicht zurecht. Und er hat auch körperliche Auswirkungen von dem Ganzen. Also er jinxed rum, sieht immer mal wieder so flimmern vor den Augen und übergibt sich immer wieder, weil es ihn so, so krass mitzieht. Aber ja, wir sind jetzt erstmal in der ersten Szene. Powder ist da, Benzo ist da, und Echo denkt sich, what the fuck ist hier los? Ja. Und also, ich war sehr, sehr stark verwirrt im ersten Moment, aber hab dann relativ schnell gecheckt, was da abgeht und find die Idee richtig cool. Weil die Serie spielt ja immer wieder damit, dass wir die Figuren so gut kennen und denen mittlerweile ja allen mal so ein schönes Leben gönnen würden. Also wir haben ja immer wieder den Moment, ja, das ist so krass bei dieser Serie, dass du wirklich jeder einzelnen Figur eigentlich ein schönes Leben gönnen würdest. Und das haben wir beim letzten Mal in Folge 6 ja im Ansatz bekommen. Und es sah so aus, als würden Vi und Jinx sich wieder vertragen, als hätten die jetzt ihre kleine Familie wieder zurück mit Wernda. Und dann kam halt Jace rein und der hat ein bisschen Scheiße gebaut. Und dann hatten wir halt diesen Moment, wo wir alle gedacht haben, Kacke, Mann, wir hätten denen so gegönnt, dass die jetzt ein schönes Leben haben. Und hier sehen wir jetzt eigentlich eine ganze Folge, wie es sein könnte. Und wie fast alle Figuren, wir sehen gleich, Vi ist nicht dabei, aber fast alle Figuren, die wir kennengelernt haben, ein schönes Leben haben. Und alleine dafür ist die Folge schon geil, finde ich. Ja, also es ist richtig genial. Wir sitzen dann ja auch in dieser Bar von Wernda. Wir sehen, der macht immer noch seinen letzten Tropfen. Der Ehrenmann Benzo ist immer noch da. Und ja, Echo, also Powder merkt so langsam, mit dem stimmt irgendwas nicht. Der zuckt immer weg, wenn ich ihn berühren möchte. Also die sind hier anscheinend zusammen. Der kennt mich so gar nicht. Der hat so viele Dinge einfach vergessen, die passiert sind. Wir sehen auch, der malt in seinem Buch diese Anomalie nach. die er gesehen hat. Und ja, wir sehen jetzt einfach, wie dieser fremde Echo in dieser fremden Welt ist, in der dann auch einfach mal Kläger und Milo kommen, die ein, ja, wir können so ein bisschen spoilern, die ein schwules Pärchen anscheinend sind und dort unten versuchen. Nein, oder? Doch, doch. Sind sie doch nicht. Doch, nicht. Aber das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Aber Milo steht doch auf und will doch mit dieser Dame da flirten. Stimmt, ja, aber später. Später umarmen die sich so. Genau, das hat mich auch verwirrt, weil ich war so, er flirtet doch da mit der einen Frau und es scheint Kläger auch gar nicht zu jucken, aber später umarmen die sich dann so ein bisschen. Keine Ahnung, ist eine offene Beziehung. Ist eine offene Beziehung. Nee, aber die sind dort und die haben anscheinend so ein Landwirtschaftsunternehmen, versuchen ganz spezielle Pflanzen dort wachsen zu lassen in der Unterstadt und arbeiten gerade dran, die Minengase von den Feldern wegzubekommen, aber sie schaffen es irgendwie nicht. Und ja, wir sehen dann auch Milo, der interessiert sich anscheinend für die Kellnerin aus dem letzten Tropfen und wir sehen, Powder ist so ein bisschen die, die die ganze Gruppe zusammenhält, die allen hilft, die Echo in der Werkstatt hilft, die Milo jetzt hier hilft, mit der Frau zu sprechen. Und währenddessen sehen wir einfach nur Echo, der die ganze Zeit rumdrinkst und körperliche Schmerzen hat, während er da sitzt. Und alle anderen führen ein super tolles Leben. Wir sehen dann auch nochmal Wander, der mit Powder spricht und dir sagt, du bist eigentlich viel zu intelligent für diese Bar und du schenkst so viele Drinks aus, du darfst nicht vergessen, dein eigenes Glas zu füllen. Und man, wir denken uns die ganze Zeit, ja man, wir gönnen, wir gönnen, aber es fühlt sich alles nicht richtig an. Ja, es fühlt sich alles sehr, sehr falsch an. Also ich finde auch geil, es ist, also, Powder hat hier mehr oder weniger die Rolle, die wir uns immer von Vi gewünscht haben, oder die Vi so ein bisschen einnehmen sollte, die irgendwie alle zusammenhält, die sich um alle kümmert. Hier haben wir halt keine Krisenzeiten mehr, deswegen muss sie sich darum kümmern, dass Milo irgendwie seine Kellnerin da bekommt und mit der ein Date organisiert und so Sachen. Das sind ein paar andere Sachen, als Vi damals machen musste. Aber es ist trotzdem ganz cool. Ey, ich feiere auch das Redesign von Milo und Klegger. Klegger hat einfach den Gym gehittet und ist jetzt voll breit geworden und so. Und Milo hat so einen geilen Bart bekommen. Milo sieht aus wie ein französischer Schnösel. Wirklich, Mann. Also ist schon geil irgendwie. Ich habe aber eine Frage an dich. Charakter-Design-mäßig. Jinx oder Powder? Also Jinx oder diese Powder? Ja, man muss schon Jinx sagen. Schon, oder? Ja, also ich finde auch, guck mal, ich weiß jetzt nicht, das wundert mich jetzt so ein bisschen. Ich habe vor einer Woche ungefähr, war das glaube ich, habe ich so ein Video auf Instagram gesehen, wie so eine Künstlerin Powder gemalt hat, wenn sie niemals zu Jinx geworden wäre, wenn die so erwachsen geworden wäre. Und jetzt frage ich mich so ein bisschen, sieht man das irgendwann in League of Legends oder sowas? Weil das wirklich eins zu eins, die sah eins zu eins so aus. Und da haben sich dann voll viele Leute in den Kommentaren beschwert, warum sich denn die Form ihrer Augen geändert hat. Und dann meinte die so, ja, das ist sinnvoll, bla bla bla. Ich weiß nicht, von wem das Video war. Vielleicht war das auch von der Künstlerin von Arcane und die hat hier geteasert oder so. Nur finde ich auch interessant, dass man sich dazu entscheidet, ihr eine andere Augenform zu geben. Weil sie hat ja nicht diese großen, runden Augen, sondern so ein bisschen mandelförmigere. Aber sie sieht mehr aus wie Powder halt damals und nicht wie Jinx. Oh, jetzt schlägt mein Nachbar mit einem Hammer gegen seine Wand. Ich hoffe, das hört man nicht im Video. Ey, verflucht seist du. Nee, das Einzige, was ich von Jinx mitbekommen habe, von Marvin, also ich habe mit Marvin gesprochen, deswegen macht jetzt vieles in der Folge auch für mich wahrscheinlich ein bisschen mehr Sinn als für dich. Das, was ich mitbekommen habe von Jinx war, dass Jinx in League of Legends eigentlich nur dieser hotte Hau-drauf-Boom-Charakter gewesen ist. Und dass dieser Charakter die größte Herausforderung war, weil sie wirklich nur für Ballern da war und keine krasse emotionale oder jeder League of Legends Charakter hat eine Backstory, aber die hatte er am wenigsten von allen. Und sie mussten irgendwie schauen, wie sie diesen Charakter dort einbauen. Und das dürfte sehr schwer gewesen sein. Deswegen, ja, ich glaube nicht, dass es in League of Legends so viel Powder-mäßiges gibt, sondern in League of Legends ist das wirklich Jinx. Okay, ja, ich weiß nicht, vielleicht war es doch einfach Zufall und die hat das gut getroffen. Ist eine interessante Entscheidung, was Charakterdesign angeht. Aber ja, als nächstes sehen wir jetzt einen der markantesten Charaktere vom Design her, nämlich Heimerdinger, der ist auch da. Der taucht auf einmal da auf und sagt so, ey, was geht ab, was geht ab, Echo? Du bist auch hier. Und Echo lässt, also Echo jinx da mal noch rum, hat sich auch übergeben und so und lässt dabei dann sein Notizbuch fallen. Und darin sieht Heimerdinger dann diese Anomalie, dieses Turmor-Gebilde da und checkt dann sofort, aha, Echo ist da. Und dann bekommen wir auch ein Gespräch von den beiden, wo wir dann erfahren, dass Heimerdinger schon seit 1100 irgendwas Tagen dort ist. Also, ja, ist schon sehr, sehr lange da, vier Jahre, ist krass. Ist seit vier Jahren jetzt schon in dieser Zeit und wartet scheinbar auf die Ankunft von Echo. Wir sehen dann auch später, Echo gab es vorher auch in dieser Welt, aber es war halt einfach der Echo dieser Welt. Und ja, unser Echo sozusagen hat jetzt den Körper von dem Echo aus dieser Welt oder dieser Dimension übernommen. Und ja, die beiden haben dann jetzt so ein kleines Gespräch. Heimerdinger erklärt, wie diese Welt hier so ein bisschen funktioniert. Sagt dann auch, ja, ich bin seit vier Jahren hier und ich habe keine Ahnung, wie man wieder zurückkommt. Und arrangier dich damit. Lebe in dieser Welt, diese Welt ist schön. Lass uns einfach ein bisschen hier chillen. Heimerdinger juckt es irgendwie gar nicht. Aber Echo sagt, nein, auf keinen Fall. Ich muss zurück, meine Leute brauchen mich und will dann einen Weg zurück finden. Aber Problem bei dem Ganzen ist, es gibt die Hextech nicht. Aber in der Welt wurde die Hextech nicht erfunden. Die fragen sich dann auch, okay, Jaze ist wohl in einer anderen Zeit gelandet. Das heißt, der Schöpfer der Hextech haben wir jetzt hier nicht dabei. Der kann die Hextech nicht erschaffen. Ja, leider keine Hextech, also auch irgendwie kein Weg zurück. Willst du zuerst den ganzen Echo- und Heimerdinger-Plot machen, bevor wir den Nebenplot machen, den anderen? Ähm, ja, lass doch mal. Dann machen wir das. Also, du siehst in dieser ganzen Folge immer wieder, die Welt ist schön. Die Welt ist so, wie sich Echo, Heimerdinger, wie alle sie sich wünschen würden. Und wie sich sie der Zuschauer für die Leute auch wünscht. Das Problem ist nur an der ganzen Sache. Du bist jetzt hier gefangen mit Figuren, mit denen du keine gemeinsamen Erinnerungen hast, keine gemeinsamen Erlebnisse und die dementsprechend auch nicht die Figuren sind, die du wirklich kennst oder liebst dann in der Situation von Echo. Das sind, das ist, also, auch wenn es so schön ist wie Heimerdinger, also, wenn Heimerdinger sagt, ja, hier ist alles schön, das ist nicht Powder. Also, das ist nicht die Powder, die er kennt. Das ist eine vollkommen andere Person. Auch wenn sie, wenn sie an einem ähnlichen Startpunkt gestartet sind, dazwischen ist so viel passiert, deswegen fühlt sich das alles trotzdem falsch an. Auch wenn man sich wünscht, natürlich für die Charaktere, dass es funktioniert. Der Grund jetzt, warum hier alles so anders ist, warum es keine Hextech gibt und warum Vi auch nicht aufgetaucht ist, ist jetzt, dass, ja, bei diesem Überfall, den wir hatten, in der allerersten Folge von Staffel 1 in Jays Labor ist Vi an der Hextech-Explosion draufgegangen. Und, ja, es gab niemals diese gestohlenen Hextech-Steine. Es wurde wahrscheinlich irgendwie Jays, weiß ich nicht, was aus dem in der echten Welt geworden ist, aber Vi ist auf jeden Fall nicht mehr da, die ist da geuft. Und Echo weiß das alles nicht und er fragt dann, also, er sitzt dann da und Powder hat so eine Art, Ecke für Vi gemacht, wo sie so ein paar Räucherstäbchen anzündet, so ein paar Kerzen und wo so persönliche Gegenstände von Vi liegen. Und Echo hat davon nichts mitbekommen und fragt dann so ganz, ja, un, also wie kann man das sagen, unpassende Fragen einfach so. War es deine Schuld zum Beispiel? Und Powder wird darauf sehr, sehr wütend, weil jeder weiß, dass es anscheinend ihre Schuld war, weil sie diese Steine eben gefunden hat. Und Vi dann eben an diesen Steinen geuft ist. Und Echo, Echo fragt immer weiter solche Dinge und Paula ist das sehr unangenehm, macht sie wütend und Echo geht dann auch. Und wir merken einfach, also selbst wenn das vom Namen her dieselben Personen sind, das sind einfach nicht dieselben Personen. Und ja, wir entdecken jetzt auch mit Echo die ganze Stadt, Peltova, die Unterstadt. Er geht über diese Brücke, wir sehen all diese Statisten, die wir aus den Folgen kennen. Der Typ, der am Anfang in Folge 1 in der Bar war und den Typen bedroht hat, der danach am Mainzer Hauptbahnhof gelandet ist, der ist jetzt da im Barbershop. Und der komische Fischtyp, der sein Fleisch unten in der Unterstadt hat, hat auf der Brücke jetzt so einen Imbiss aufgemacht. Und wir gehen über die Brücke und Echo kommt irgendwann an so eine Metallschiene, die im Boden ist. Und dort sehen wir, da war einmal die Grenze zur Unterstadt, Oberstadt, wie auch immer. Da ist man nicht so einfach drüber gekommen. Und das ist jetzt dort wie, keine Ahnung, Strasburg-Kehl, weiß ich nicht, ob das jemand kennt, da gibt es genauso was auf der Brücke. Dass da einfach so die Grenze eingezeichnet ist, die jetzt eigentlich gar nicht mehr da ist. Und ja, Echo, ja. Ich fand da auch den Schnitt sehr, sehr krass. Der ist richtig krass. Weil wir haben da so einen Flashback-Moment, wo er auf diese Grenze da schaut und die spiegelt so ein bisschen. Und dann haben wir so einen harten Schnitt drüber und sehen halt, wie er das letzte Mal an dieser Grenze gestanden hat. Und das war der Moment, wo Jinx sich mit ihm zusammen in die Luft gesprengt hat und ihren großen Kampf hatten. Und das war ja nämlich genau auf der Brücke geisteskranker Moment. Ja. Wir sehen die echte Jinx dort liegen in so einem Art-Shot. Das ist krass. Ja, aber wir entdecken weiter einfach Peltover mit Echo jetzt und wir finden Jays ehemaliges Labor, wo sie eingebrochen sind damals und bekommen auch hier dann Flashbacks, was hier in dieser Dimension passiert ist. Nämlich wir sehen die kleine Powder, die dann die geufte Weih in der Hand hält und einfach weint. Und ja, wir sehen, das Labor ist geschlossen. Da ist nichts mehr drinnen. Die ganze Bude ist runtergekommen. Da ist noch genau eine kaputte Tafel drinnen. Und das war's. Und ja, in der Welt ist dann irgendwann Marcus reingekommen, hat die Kinder dann alle dort gefunden, hat die wahrscheinlich festgenommen, aber die ganze Sache hat sich geklärt nach einer Zeit. Da ist nie diese Jagd nach diesen Hextech-Kristallen ausgebrochen. Und ja, wie gesagt, was mit Jays in dieser Dimension passiert ist, wissen wir nicht. Sein Labor ist nicht da, ist alles nicht da. Das Einzige, was jetzt hier ist, ist eine Ruine, wo Echo jetzt drinnen sitzt oder drinnen steht, teilweise sieht, was da passiert ist und ein paar Splitter von dem Hextech-Kristall, der da explodiert ist, von der Wand kratzt, damit er in der Hoffnung, dass er daraus was bauen kann, was ihn zurückbringt. Und wir dürfen auch bei der ganzen Sache eins nicht vergessen, Heimerdinger hat einfach mal einen Song rausgeballert. Also das kam voll random für mich. Alles untermalt von einem Song von Heimerdinger. Genau. Also das ist schon geil irgendwie, dass der auf einmal singt. War schon ganz schön. Ey, Leute, es passiert so viel in dieser Folge. Ich habe die jetzt vor 15 Minuten beendet. Ich habe so viele Details vergessen. Das ist krass gemacht. Handwerklich krass gemacht. Man muss wirklich sagen, das ist eine der Folgen, die auch rein, was das Detailreichtum angeht, so krass ist. Du könntest jedes Bild pausieren und hast halt überall 200 Referenzen auf die echte Welt, in Anführungszeichen, die wir eigentlich kennen, was sich jetzt hier verändert hat. Also wir haben ja auch noch einen Handlungsstrang mit Jace. Da kannst du das genauso machen. Da kannst du auch die ganze Zeit pausieren und sagen, boah krass, das kennen wir, das kennen wir. Ist schon richtig gut. Ja. Machst du kurz weiter im Echo-Flot nach Heimerdingers genialen Song. Ja, also Echo hat dann, wie du gerade schon gesagt hast, sich diese Hextech-Kristall-Splitter geholt und bringt die dann auch zu Heimerdinger und spricht dann mit ihm, die sitzen zusammen in der Bar und spricht dann mit ihm so ein bisschen, sagt, ja, ich hab hier was vor, ich würde damit gerne versuchen, wieder nach Hause zu kommen. Heimerdinger ist erst nicht so begeistert, nicht so überzeugt, sagt, ey, das geht nicht, man. Du hast hier ein paar Splitter, das kriegen wir nicht hin. Aber wer wäre er denn, wenn er einem Schüler als Professor einen Wunsch abschlägt und sagt dann, ja, ich bin dabei. Ich finde auch immer noch krass, seit wir Heimerdinger in dieser Serie haben, hatte der gefühlt keinen Moment, wo der mal wirklich ernst war. Der einzig ernste Moment war, als der aus dem Ding rausgeschmissen wurde, aus dem Rad damals. Aber auch diese Situation ist für ihn einfach wie so ein Spiel. Der ist so, ja, bin ich halt in der Welt, ist mir egal, chill ich hier ein bisschen, ist auch cool. Also der ist voll, voll entspannt. Aber, was ich cool finde, wir bekommen bei Heimerdinger endlich mal den großen Payoff in dieser Folge. Wir bekommen endlich mal den Moment, wo ich sehe, aha, deswegen ist Heimerdinger so ein großer Name. Kommen wir dann gleich zu. Das fand ich ganz cool bei ihm. Ja, bei Heimerdinger übrigens, da dürfte diese Folge jetzt einiges klar rücken, weil in League of Legends der Charakter Heimerdinger ist ein absoluter Hextech-Typ. Alle Fähigkeiten von dem basieren auf Hextech. Deswegen haben sich alle gewundert, warum der so dagegen war. Und ja, es könnte sein, dass wir jetzt hier sein, also dass sich die Hextech bei ihm jetzt so ein bisschen redeemt. Was ich auch krass finde, bei all dem, die Animation, Alter, und ich spreche jetzt nicht von OSC zu gut aus, sondern was uns für Details gezeigt werden, was uns für Charakter-Dinge gezeigt werden. Wir haben dieses hochwissenschaftliche und ernste, halb ernste Gespräch von Heimerdinger und Echo und währenddessen schaut Echo eigentlich zu dieser Powder hinüber und wir sehen, wie die sich so verstohlene Blicke zuwerfen und ja, dann Powder eigentlich schon so genervt, wütend, traurig von ihm wegschaut. Und darauf bekommen wir dann nochmal einen Charaktermoment von Echo und Powder, nämlich Echo hat den Baum wiedergefunden, der gewachsen ist. Und in dieser Version der Unterstadt weiß noch keiner von diesem Baum oder der ist da, der ist nicht bewohnt, der steht drum und was er macht, er malt dann die Wei, die er kennengelernt hat, wie sie ausgesehen hat, als sie in dem Alter war, in dem sie jetzt sein würde, malt er dort am Baum an die Wand und bringt dann Powder dorthin und zeigt ihr hier, so würde sie aussehen, wenn sie jetzt erwachsen wäre und spricht mit ihr einfach jetzt so ein bisschen. Und ich finde es ein bisschen schade an der Folge, das ist so eine kleine Sache, die ich nicht so ganz nachvollziehe oder nicht so ganz nachvollziehen kann, warum sie nicht irgendwann mal klar gesagt haben oder warum Echo nicht Powder irgendwann mal klar macht oder uns klar kommuniziert wurde, ob Powder weiß, dass das der richtige oder der falsche Echo ist und wie er es ihr gesagt hat, sondern sie sprechen immer so ein bisschen drumherum und wir sprechen jetzt hier auch darüber, Powder, ja? Ich finde aber gerade, das war für mich das Gute, weil dadurch, dass du die ganze, also es hatte für mich die ganze Zeit so den Anschein, als hätte sie halt einen gewissen Verdacht, weil sie ist ja sehr, sehr intelligent und sie merkt ja, okay, das ist irgendwie nicht der Echo, den ich kenne, aber gleichzeitig versucht sie ja immer wieder diesen Echo in ihm zu sehen, und ist sich unsicher und ich finde, wenn du hier einen Moment gehabt hättest, zum Beispiel hier jetzt, wo er dann einfach sagt, okay, ey, ich komme aus der Zukunft oder was auch immer, da hättest du eine ganze Dynamik wieder rausgerissen, da hättest du gesagt, okay, jetzt haben wir einfach nur noch dieses Ziel, lass irgendwie unseren Weg nach Hause bahnen, fertig. So hattest du aber immer wieder diese Momente, für mich den besten Moment der ganzen Folge gleich, wo die auf dieser Party sind, den kannst du so gar nicht erschaffen, wenn die ein Gespräch gehabt hätten. Deswegen fand ich es so eigentlich relativ gut. Das stimmt auch, aber ich finde trotzdem, es wurde ein bisschen zu sehr in der Schwebe gelassen. Da hätte man vielleicht noch so ein, zwei Hints machen müssen, ohne es klar zu sagen. Aber hätte man machen können, kann, muss nicht. Wir haben jetzt hier halt noch das Gespräch von Echo und Powder und wir, also die Folge dreht sich nicht mehr so krass um Echo, sondern das Krasse an der Folge, finde ich zumindest, ist zu sehen, was Powder hätte werden können, wenn es Jinx niemals gegeben hätte. Also sie ist superintelligent, alle sagen ihr, sie ist viel zu intelligent für die Bar, sie ist viel zu intelligent für Echo's Labor oder sowas und warum sie nicht einfach, sie könnte so viel schaffen und sie sagt dann, nee, will ich nicht, ich will bei meinen Freunden, bei meiner Familie bleiben, warum wollt ihr mich alle da rausreißen? Und ja, es ist verständlich. Es ist ein schönes Bild, was wir hier von ihr gezeichnet bekommen, aber sie muss jetzt tatsächlich doch mal ein bisschen aktiv werden, denn Echo fragt sie halt um Hilfe und sagt so, ja, hier, ich habe was vor und so, kannst du mir dabei helfen? Und dann schneiden wir auch schon rüber ins Labor und dort versuchen die jetzt aus diesen Hextech-Splittern irgendwie diese Anomalie wieder hinzukriegen und dann bekommen wir halt so eine kleine Montage, wie die anfangen zu forschen und wir haben Heimerdinger, der halt immer wieder versucht zu helfen, Echo, Powder, die ein paar Ideen hat, aber halt vor allem Echo ist dabei federführend und dann bauen die sich halt da diese einzelnen Runen zusammen und haben irgendwie so ein kleines Ding, wo die die Hextech-Splitter reinmachen und das Ganze endet dann darin, dass sie es tatsächlich schaffen, diese Anomalie hinzukriegen. Die ist sehr, sehr klein, aber das ist so ein ganz, ganz kleines Ding, aber die haben es hinbekommen und Heimerdinger ist voll geflasht, also man merkt auch wirklich, Heimerdinger ist so ein richtiger Wissenschaftler aus dem Herz. Der Typ freut sich über jeden kleinen Erfolg und der war direkt, oh, wir haben es hingekriegt, hat sich voll gefreut. Scheinbar war es auch Echo, der hier den entscheidenden Move gemacht hat und das Ganze hinbekommen hat. Und dann haben wir eine Sache, das ist was, was ich damals, ich glaube, in der ersten Folge, unser allererstes Arcane Recap, hat das jemand in die Kommentare geschrieben. Nämlich habe ich da gefragt, wie kann Echo denn ein League of Legends Charakter sein? Der ist doch so klein, das ist ja ein kleines Kind, wer will den spielen? Und dann hat jemand irgendwie geschrieben, ja, Echo, nein, ja, der kleine Mann wird ja auch noch größer, Punkt, 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 er bekommt noch Fähigkeiten. Und ich habe gedacht, damit wäre einfach diese technischen Sachen gemeint, die er dann auch in der letzten Staffel schon hatte. Aber, Hast du dir auch seine Fähigkeiten angesehen? Ähm, nee, aber ich habe nur halt, wie gesagt, in den Kommentaren gelesen, dass er scheinbar irgendwelche Zeitfähigkeiten hat. Und deswegen auch diese Uhr da irgendwie da war und so. Und ich denke mal, es geht jetzt hier darum, weil er hat jetzt hier die Möglichkeit, in der Zeit ein bisschen rumzuspringen. Oder zumindest ein bisschen so eine Zeitschleife erschaffen zu können. Nämlich kann er durch diese kleine Anomalie, jetzt sieht er an so einem Ding und sowas, und kann dadurch vier Sekunden in die Vergangenheit springen. Und das bekommen wir halt ganz cool, ganz cool dargestellt mit Heimerdinger, der hat immer wieder das Gleiche sagt und Paul hat dir die gleiche Frage gestellt. Aber wir sehen halt auch, das Maximum sind vier Sekunden, weil als er dann versucht weiterzugehen, sieht er so, wie Heimerdinger explodiert. Das sieht voll brutal aus, aber Heimerdinger explodiert einfach und die Augen quillen so aus seinem Kopf und sowas. Und dann sagt er so, okay, vier Sekunden, glaubt mir, mehr geht nicht. Mich wundert so ein bisschen, warum er nicht gesagt hat, ja, ey, Heimerdinger, du uffst dann halt, wenn ich weitermache, probier lieber nicht aus. Er sagt es auf jeden Fall nicht. Vielleicht, weil Heimerdinger dann nicht mehr weitermachen möchte und dann doch lieber da bleiben möchte. Stimmt, das kann auch sein, ja. Aber ja, auf jeden Fall hat er jetzt hier irgendwie die Fähigkeit, vier Sekunden in der Zeit rumzuspringen. Und das ist irgendwie cool. Willst du den genauen Namen von seiner ultimativen Fähigkeit wissen? Sag mal. Ich glaube, es heißt Zeitsprung. Okay, ja, habe ich schon gedacht, weil, Spoiler, am Ende der Folge, wenn er wieder in seine Zeit geht, dann hat er dieses Teil auch so um den Hals hängen und ich denke mal, er wird es benutzen. Und also, das wird für mich peak Erkennen. Wenn er damit kämpft, das könnte geil werden. Ey, ich möchte da noch mal noch mal was sagen. Es sind vielleicht so ein wichtiger Satz. die Folge hier hat jetzt nicht einfach gesagt, okay, Powder hilft ihm jetzt und los geht's. Wir machen jetzt einfach eine Montage. Sondern sie haben da noch mal gezeigt, wie Echo sich dann mit ihr hinsetzt an diese Ecke für Wei und wo Echo dann diese Räucherstäbchen anzündet und das von vorher wieder so ein bisschen gut macht. Was mir immer wieder auffällt an Arcane, du hast in Arcane nicht einfach Leute, die eine Story erzählen. Arcane erzählt keine Story, sondern Arcane erzählt Charaktere. Jeder Story-Strang geht aus Stärken, Schwächen, Zielen und Wünschen eines Charakters hervor. Und hier nehmen sie sich noch mal die Zeit, dass sie einfach noch mal zeigen, wie Echo so die Sache von vorher wieder gut macht und ja, anstatt direkt in so eine Montage reinzugehen. Und das macht Arcane so gut. Das ist der Grund, warum Arcane sich so sehr von den anderen Serien abhebt und warum es so ein Erfolg ist. Weil die einfach nicht nur irgendwelche Charaktere auf Papier erzählen, sondern das könnten echte Menschen sein in dieser Welt. Ja, das ist auch eine Sache, die mir so nach der Folge vor allem noch mal klar geworden ist. Ich muss echt sagen, mir fällt keine andere Serie ein, in der rein, was die Charaktere angeht und deren Persönlichkeit und deren Entwicklung und die Art, wie ich wirklich so viele Charaktere verstehe, sowas habe ich noch nie in einer Serie gesehen. Ja, es gibt Serien, die sich ausführlich mit ein, zwei oder drei Charakteren beschäftigen, aber ich kann hier locker wahrscheinlich, wenn wir Staffel 1 mit reinnehmen, zehn Charaktere voll machen, die ich so verstehe, als wären die unser zentraler Protagonist, wo ich wirklich eine Persönlichkeit aufgezeigt bekomme, die interessant ist, die sich entwickelt, mit der man sich teils identifizieren kann, die man teils sympathisch findet, auf der anderen Seite aber auch abstoßend findet und dadurch neue Dynamik entschafft, das ist geisteskrank, was Arcane hier macht, also hat schon einen Grund, warum diese Serie so beliebt ist. Ja. 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 Ich würde kurz noch die Party machen, ich muss nur kurz zum richtigen Zeitpunkt skippen, weil da ist noch mal Jace dazwischen. Hier. Wir sind dann auf dieser Party, das ist so eine Wissenschaftsparty, wo so ein Wettbewerb, Wettbewerb ist, wer die krassesten Sachen baut und da sind wirklich alle, alle, die irgendwas dort gebaut haben und dort bekommen wir dann auch eine Szene mit Echo und dem Ehrenmann Benzo und zwar. Das ist so cool. Ja, Benzo, der, der große Typ, der mit dem Schraubenschlüssel auf einen Schimmervieh losgehen würde, der von, von Wender übernommen hätte, sitzt jetzt da mit dem falschen Echo, sag ich jetzt mal. Und Echo hat jetzt die Möglichkeit, mit Benzo zu sprechen, wie er es seit seiner Kindheit nicht mehr konnte und er sagt ihm einfach nur, danke, du hast mir mega viel bedeutet und umarmt ihn. Und wir sehen dann auch tatsächlich hier, Benzo beginnt zu, zu, zu heulen und sagt dann, dieser Heuschnupfen, dieser Heuschnupfen. Und, ja, Ben dann sagt so, ah, du, du hast es geschafft, du hast den großen Mann zum Heulen gebracht. schüttet hier Echo einen Drink ein und aus dem Hintergrund kommt dann jemand und sagt so, taucht einfach auf, als wär's nichts. Ein Typ mit einem guten Auge. Silko. Das ist so krass. Und Echo ist erst mal schockiert und richtig wütend auf diesen Silko. Sag ich so, hier, was machst du hier? Und hat er nicht versucht, dich zu ufen? Und wir bekommen so eine Line, die sich die ganze Arcane-Welt, die reale Welt, in der Echo lebt, vielleicht mal zu Herzen nehmen sollte. Die stärkste Sache, die du tun kannst, ist zu vergeben. Und ich hab mich dann gefragt, warum kämpfen die eigentlich in dieser Arcane-Welt nochmal? Wo ist das Ding hier? Ja, klar, jetzt hier, Silko wollte die Nation von Zorn und Jinx hat dann eine Rakete in das Gebäude reingefeuert. Aber ehrlicherweise, weder Jinx noch die komplette Unterstadt hat aktuell irgendwie ein Interesse an dem Kampf und die Oberstadt eigentlich auch nicht. Ja. Die kämpfen einfach, weil sie A nicht vergeben können, was auch verständlich ist, Jinx hat die Mutter von Catelyn geuft. Aber eventuell noch, weil Mutter Medada das irgendwie anfacht. Aber eigentlich, die haben nicht mehr wirklich Grund, außer, dass sie einfach wütend aufeinander sind. Ja, 100%. Es ist wirklich ein krasses Zitat von Silko hier. Und also, ey, auch Benzo, dass der da ist. So ein schöner Moment. Also, ich bin immer noch kein Fan von Benzos Tod, Mann. Es wird ihm nicht gerecht, dass er einfach mit dem Schraubenschlüssel gegen Monster kämpfen wollte. Aber der Typ ist ein Ehre, Mann. Er ist krass. Benzo, Benzo ist richtig krass. Und jetzt kommen wir zum stärksten Teil des Films, nämlich, des Films, der Folge. Wir haben jetzt hier Powder und Echo auf dieser Party, die zusammen tanzen. Und es ist so eine fast Stock Motion, das ist schwer zu beschreiben, fast Stock Motion. Alles rund um sie herum wird ausgeblendet, wird dunkel gemacht. Das Licht fällt wirklich nur auf die und die tanzen einfach nur zusammen und sitzen dann irgendwann auf dem Dach und schauen auf diese Unterstadt. Hast du den Shot erkannt, wo das ist? Dieses Dach? Wo die da sitzen? Ja, ja. Vielleicht da, wo Dings damals waren. Wo Wei und sie damals mal waren. Ist das nicht genau der Shot, wo Wei damals mit Powder gestanden ist und gesagt hat, irgendwann wird uns diese Stadt zu Füßen liegen? Genau. Das ist doch der. Und die ganze Stadt sieht einfach, also im Hintergrund, alles leuchtet, es sieht nicht mehr aus, als wäre das alles voller Müll und als müsstest du dich dort verstecken, weil du in der nächsten Ecke irgendwie abgemurkst wirst. Sondern die ganze Stadt sieht einfach schön aus und leuchtet. Und wir haben dann dort Powder und Echo, die in dieser Welt anscheinend zusammengekommen sind und Powder, die ihn so küssen möchte, weil sie sind halt zusammen, für sie ist das normal. Und für Echo ist das halt eine große Sache. Weil Powder, er hat sie als Kind mega gern gehabt und irgendwann war sie jahrelang weg und dann ist sie zurückgekommen als, ja, Assassinen von Silco, die den großen Djibouti angeführt hat. Und er fragt sie dann, können wir wenigstens so tun, als wäre es das erste Mal. Und du siehst, er hat richtig Tränen in den Augen, er wünscht sich das so sehr. Und es ist so gut gemacht. Ich habe nur ein Problem damit. Wir schneiden dann rüber zu Jace, bevor die sich wirklich küssen können. Das wird uns nicht gezeigt. Oder er steht auf und geht weg. Ja. Sie küssen sich nicht, sondern sie schneiden dann noch einmal auf diese Tanzszene zurück, weil sie fragt ihn, wo hast du denn so tanzen gelernt? Bla, bla, bla. Dann ist dieses, können wir so tun, als wäre es das erste Mal. Sie setzen an und bevor sie sich berühren, wird zu Jace geschnitten. Oder nach dieser Tanzszene wird direkt, ich habe es jetzt hier wieder, wird direkt zu Jace geschnitten. Sie hätten ihn gönnen können. Sie hätten gönnen können. Ich weiß, was du meinst. Das stimmt schon. Das stimmt schon. Ich finde auch ein cooles, kleines Detail ist, ich bin mir nicht, ich habe gerade versucht, die Szene zu finden, aber die gibt es da ja nicht in der Länge auf YouTube. Ich glaube, die Art, wie Powder reinkommt, bei dieser Party. Wir sehen ja zuerst ihre Füße. Es müssten, wenn ich mich richtig erinnere, das sind, glaube ich, die gleichen Schuhe, die Jinx auch trägt. Und es ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob das absichtlich so ist, aber es sieht halt von der Art, wie es gefilmt wird und wie sie läuft, genauso aus, wie das Intro von dem Kampf damals. Also, weil da haben wir ja auch damals ihre Schritte zuerst gehabt. Dann hatten wir ein Close-Up von Echoes Gesicht und dann hatten wir ein Close-Up von Jinx Gesicht damals. Und es ist genau so geschnitten hier, halt nur diesmal mit romantischer Musik im Hintergrund und einem romantischen Hintergrund und nicht dem, ey, wir ufen uns gleich gegenseitig. Finde ich jetzt auch ein cooles, kleines Detail. Ich weiß nicht, ob es beabsichtigt ist, ich denke mal schon, ist aber, finde ich, ganz cool. Es sind dieselben Schuhe, aber sie hat sie zugemacht. Das frage ich mich, seit die Serie begonnen hat, wie kann es sein, dass sie sich nicht selbst die ganze Zeit oder dass sie ihre Schuhe nicht verlieren. Stimmt, du hast recht, genau, die sind offen, ja, hast recht. Ja, ja. Die sind, stimmt, 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 ja. Ja, was wir auch noch sagen müssen, bevor wir dann ins Finale von diesem Plot kommen. Ist das ein Geschenk von Echo? Das habe ich auch nicht so recht gesehen. Er schenkt ihr, glaube ich, so ein Amulett, das er aus seiner Welt mitgenommen hat, dass, ja, so eine Blume in der Mitte, die sich so drehen kann. Ja, und wir sehen dann noch, wie, wie, ich weiß es nicht. Wann schenkt er ihr das? Ich weiß es nicht. Ich habe es auch nicht gesehen. Deswegen, ich habe gesagt, es fühlt sich so an, als würde da eine Sache fehlen. Ja, das hat mich auch ein bisschen verwirrt. Woher, weil sie holt es so aus der Tasche halt auf einmal. Ja, ja. Und dann habe ich so, hm, hat das jetzt ihr so vielleicht zugesteckt? Oder, keine Ahnung. Oder es gehört ihr? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall holt es halt auf einmal raus. Das war ein bisschen verwirrend. Das stimmt. Ja, ich habe keine Ahnung. Aber wir sehen dann, willst du das Finale noch kurz machen? Ähm, das kann ich machen. Also, sie holt dann dieses Amulett so raus und dreht das so. Und dann schneiden wir halt rüber zu, ja, einer Vorrichtung, die mich ein bisschen daran erinnert. Nämlich kommt Echo jetzt zurück in die Höhle, ins Labor und sieht dort, Heimerdinger hat ein bisschen gekocht. Und das war der Moment, den ich gemeint habe. Hier versteht man mal, ah, okay, Heimerdinger hat wirklich was drauf. Weil zum ersten Mal in der Serie sehen wir, was der Typ eigentlich kann. Er ist zwar nicht so vertraut mit Hextech, aber er hat jetzt hier eine Steilvorlage von, ähm, Echo bekommen. Der hat so die Grundlage gemacht. Und Heimerdinger hat aus diesem kleinen Teil, was die da hatten, jetzt einfach eine riesige Maschine gebaut, mit der es Echo möglich sein wird, zurück in seine Zeit zu gehen. Oder eigentlich den beiden möglich sein soll, zurück in ihre Zeit zu gehen. Heimerdinger aktiviert das Ganze dann auch direkt. Und wir sehen schon, das ist nicht so super stabil. Durch den deutschen TÜV würde das nicht kommen. Da explodiert irgendwie alles, so ein bisschen alles vibriert. Aber die schaffen es, dieses Kraftfeld da aufrechtzuerhalten. Und die stellen sich beide da rein. Und wollen sich auf den Weg zurück in ihre Zeit machen. Aber dann explodiert die Maschine halt noch stärker. Und so ein paar Hebel, die eigentlich unten sein müssten, springen wieder nach oben. Und dann sagt halt Heimerdinger, ja, okay, fuck, dann muss es halt so sein. Rennt einfach auch wieder, er macht es auch mit so einer Leichtigkeit wieder. Er rennt einfach dann raus und macht diese Hebel runter. Und Echo schreit noch hinterher. Ja, der versteht, okay, Heimerdinger will sich jetzt hier opfern. Aber, ja, muss es halt am Ende tun. Powder kommt dann auch noch ins Labor rein. Ja. Ich weiß es nicht, weil ich hab halt auch, das ist gestammt, also mein ganzes Wissen stammt immer aus den Kommentaren. Einer hat auch mal in den Kommentaren gemeint, dass diese Spezies von Heimerdinger sowieso unsterblich ist. Und dass die nur irgendwie ihren Körper verlieren können, aber der Geist dann wieder irgendwann einen Körper bekommt und zurückkehrt. So Gandalf-mäßig aus Herr der Ringe. Also er flimmert hier so einfach weg. Ja. Oder vielleicht kommt er auch in eine andere Zeit noch. Das kann auch sein. Ah, ich hoffe nicht. Ich brauch das nicht nochmal. Ich will jetzt zwei Folgen haben, wie die reale Welt. Wirklich. Also nochmal brauche ich das auch nicht. Also wir sehen, was ich auch krass finde, wir haben dann den Shot, also bevor der echte Echo zurückgeschickt wird in seine echte Zeit, landet dort der Echo, der in dieser Zeit sein sollte. Und Powder bekommt ihren echten Echo zurück, der da so ein bisschen bewusstlos am Boden liegt. und ja, sie verabschieden sich nochmal so mit nonverbal, mit so ein paar Blicken. Der Moment ist krass und ich hoffe einfach, Mann, Echo, geh zu Jinx, Mann. Sie ist gerade, sie ist gerade wieder, wieder ein bisschen normal. Bitte. Ja, ich hoffe auch. Und ich finde auch den Moment krass, wo wir dann den realen Echo wieder sehen, in seinem Mantel da und mit dem ganzen, mit seinem bemalten Gesicht und so. Ja, sie sieht ihn in dieser Slum-Kleidung, in dieser Subway-Surfer-Kleidung. Ja, es ist auch hart. Ja. Ey, und was ich auch krass finde, wir haben ja dann in dieser Welt, wir bekommen nochmal so ein Ende von Powder, die sich nochmal zu dieser Ecke von Bye dann hinsetzt und sie macht so eine Schublade auf und da sind tatsächlich die Hextech-Kerne drinnen und sie legt das Amulett dann noch dazu und macht die Schublade wieder zu. Was soll das bedeuten? Ich weiß es nicht. Könnte es sein, dass in dieser Dimension die Hextech doch nicht so ausgeschlossen ist? Das ist eine Sache, die mich sehr, sehr, sehr verwirrt hat am Ende, weil das habe ich nicht erwartet, dass wir sowas nicht bekommen. Weil, was soll das bedeuten? Soll das heißen, Powder oder Jinx weiß Powder, Powder weiß, was für Risiken diese Hextech-Kerne bergen und sagt deswegen, ich verstecke die vor der Welt und wollte sie jetzt selbst in dieser Situation nicht rausholen und hat gesagt, wenn es mit den Splittern nicht geht, ich werde diese Dinger nicht rausholen. Oder sie hat jetzt gesehen, dass es funktioniert, probiert es aus und zerstört ihre eigene Dimension damit. Weil wir sehen jetzt noch was. Und genau das meine ich. Oder soll es uns nur zeigen, das, was Jace da jetzt vorhat, das ist wichtig, weil diese Hextech kann jede Dimension zerstören und es ist eine Gefahr für alle. Das hat mich so ein bisschen verwirrt. Da weiß ich so ein bisschen was dazu. Da sprechen wir dann drüber, wenn es soweit ist. Okay. Hast du zu dem Ganzen noch was zu sagen? Nee. Also ich würde meinen Punkt dahinter setzen, indem ich einfach sage, es war wirklich, es hat richtig Spaß gemacht, einmal zu sehen, wie so eine ideale Welt aussehen könnte. Es tut ein bisschen weh, weil es halt nicht die reale Welt für unsere Figuren ist. Aber absolut schön, absolut cool. ist für mich so von dem Plot her perfekt gemacht. Und ja, also viel besser geht nicht. Absolut geil. Ja. Und die Folge hat sogar eine Widmung. Ja, für, wer ist das? Janette. Vor Janette mit Love. Nein, ich habe keine Ahnung. Es muss von irgendeinem Producer oder so eine wichtige Person sein. Ja, wahrscheinlich. Hm. Ja. Aber wir haben noch einen anderen Plot vor uns. Wir haben noch einen anderen Plot. Und der hat eigentlich nicht so viel Inhalt. Da können wir, glaube ich, da geht es mehr darum, wie wir ihn interpretieren, glaube ich. Genau. Genau. Willst du mal kurz den Status Quo von diesem Plot erzählen, dann sage ich dir, was ich darüber weiß. Okay. Ich gehe mal relativ schnell durch, weil, wie gesagt, inhaltlich nicht so viel passiert. Ja. Wir sehen, wie Jace jetzt in einer Welt angekommen ist. Wir schneiden zum ersten Mal rüber, als Heimerdinger sagt, ja, ey, was geht ab? Jace ist hier nicht da, er ist in einer anderen Zeit. Dann schneiden wir rüber und sehen, Jace ist in einer sehr, sehr hart anderen Zeit. Er ist nämlich in so einer sehr tristen, kaputten Welt gelandet. Der ist dort auch so ein bisschen verletzt, sein Hammer funktioniert nicht mehr, er muss den da so hinter sich her schleppen und läuft da durch und wir sehen, da ist alles am Arsch. Er blickt auch da das erste Mal, wenn wir zu ihm schneiden, sieht er diesen Zauberer, den er noch vorhin damals kennt, der ihn und seine Mutter gerettet hat und versucht dann halt die ganze Zeit zu diesem Zauberer zu kommen, aber der teleportiert sich vor ihm weg oder verschwindet halt immer und auf der Jagd nach diesem Zauberer geht dann halt Jace durch diese Welt und wir sehen, da ist alles komplett am Arsch. Da sind ganz viele Menschen einfach, die zu so Statuen oder sowas geworden sind, wo dann teilweise so Körperteile fehlen oder die haben so ein Loch im Kopf, aber die sind halt wie gesagt so Statuen, das sieht aus, wenn die so aus Kristall oder irgend sowas. Kennst du die Bilder aus Pompeji von den Abdrücken der Menschen, die unter der Asche verschwunden sind? Genau so sieht es aus, ja. Genau so. Das sieht wirklich genau so aus. Und ja, also er geht halt durch und die Welt ist einfach scheiße. Da ist Piltover, alles komplett zugrunde gerichtet, Häuser zusammengestürzt und das Ganze endet dann darin oder es ist ein zwischenzeitliches Ende, er fällt in so eine Schlucht rein, bricht sich dort das Bein und ja, muss dann da wieder rauskommen, verbringt da sehr, sehr lange. Dort passiert es dann auch, dass er so cracked aussieht, wie er dann in der letzten Folge aussah, sein Bart wächst halt, er ist verletzt, er baut seinen Hammer auseinander und baut sich daraus so eine Beinprothese à la Victor und ja, malt dann auch so ein paar Sachen an die Wand, er forscht so ein bisschen Hextech-Zeug oder was auch immer das sein sollte, am Ende klettert er auf jeden Fall aus der Hülle wieder raus. Er malt das nur an die Wand wie ein Wahnsinniger. Also er ist da wirklich, er ist da anscheinend einen Monat oder so 30 Tage unten, er ernährt sich von Eidechsen, macht aus dem Knochen von diesen Eidechsen, macht daraus Brennholz und verfeuert die Knochen, hat seinen Hammer auseinander gebaut. Wie er dann diesen Hammer wiederbekommt, kommen wir später noch dazu. Aber das ist krass. Der Typ ist da mit einer Verletzung, einen Monat alleine in dieser Pompeji-Dystopia-Peltova, wo alle einfach zu Stein oder zu Hextech-Tumor-Statuen geworden sind. Und ja, du hast noch im Kopf, oder diese Statuen, die leben ja teilweise, also die können sich bewegen, die laufen ihm nach, beobachten ihn und alles. Das ist richtig krass. Und du hast ja, glaube ich, noch im Kopf, wie er so durch das Lager von Victor durchgegangen ist, wie er die anderen Menschen dort gesehen hat. Ja. Genau als solche... Stimmt, die sehen genauso aus. Dinge, genau. Als solche Figuren. Und ja, wie gesagt, das ist jetzt so der große Moment, das ist visuell, er dreht sich das hier bei Victor drum. Visuell geht es eher darum, wie er durch diese Welt geht. Er geht dann irgendwann über so einen Hauptplatz vor dem, ja, vor der, vor dieser Brücke oder über diese Brücke, wo ganz viele Statuen stehen und es juckt ihn mittlerweile nicht mehr, dass die ihn verfolgen oder die ihn anschauen. Die drehen den Kopf, es ist super gruselig, aber er geht dort durch. Er war einen Monat in diesem Loch anscheinend, ist da jetzt raus, hat sich irgendwie dran gewöhnt an diese Welt und hat dort niemanden, mit dem er sprechen kann. Läuft einfach nur immer weiter, immer weiter zu dieser Wissenschaftsakademie und dort findet er dann was. Yes. Also er kommt dann nämlich oben auf diesen großen Hexgate-Turm, da kommt er an, wo immer diese Reisen gemacht wurden, wie wir in Piltover gesehen haben, vor allem in Staffel 1 und er klettert dann da hoch, läuft da über diesen Globus, der sich da befindet, da sehen wir es auch alles voll, aber das ist sowieso überall, da sieht es aber nochmal krasser aus mit diesen ganzen Anomalie-Pflanzen, also es sind einfach so Pflanzen, die in Farben dieser Anomalie-Tumor-Zeug da sind und er läuft da durch und findet dann da so eine Statue, die ist so auf den Knien und hält seinen Hammer in der Hand. Ich will zu den Statuen noch kurz was sagen, bevor du das sagst. Jede Statue bisher, das ist das Krasse, das sind nicht einfach nur irgendwelche Statuen, die da stehen, sondern wir sehen, die umarmen sich gegenseitig, die sind weggelaufen, du siehst die Angst in deren Augen, da ist irgendwas auf einmal passiert, was alles vernichtet hat. Das macht das Ganze so bedrückend. Ja, genau. Und jetzt bekommen wir den Overkill. Ja, also er sieht halt dann diese Statue da und kniet dann auch davor, erkennt, das ist halt irgendwie sein Hammer, der da drin ist und nebendran steht dieser Zauberer, dieser Magier, der halt, wir wissen es nicht, aber es ist sehr wahrscheinlich der, der ihn auch damals gerettet hat und er spricht so mit ihm und ja, und er spricht so mit ihm und fragt, ja, was ist hier los, was war das Hextech, aber der Typ redet nicht. Jace redet irgendwie so mit sich selbst und es scheint aber so, als würde er diesen Typ auf gewisse Weise verstehen oder würde Antworten bekommen. Entweder liest er halt seine Mimik und wir sehen sein Gesicht nicht oder die kommunizieren auf eine andere Weise. Es scheint so, als würde er Dinge verstehen und ja, Ende des Ganzen ist dann, dass er sagt, ja, Hextech ist an all dem schuld, ich muss mich darum kümmern und nimmt dann halt diesen Hammer in die Hand, diese Statue lässt ihn auch auf einmal los und ja, sagt dann zu diesem Magier, schick mich zurück, ich kümmere mich um die ganze Sache und der Magier öffnet dann halt so ein Portal irgendwie und dann sehen wir auch, wie an seinem Handgelenk da unten dieser Stein, den er da mal drin hat, der fragt so, warum hast du mir den damals gegeben, was hat das zu bedeuten und der wird dann so Teil seines Körpers, er zieht sich richtig rein, wird so mit Adern verbunden und sowas und genau, also Jace wird, wir sehen es ja, wissen es noch nicht so, aber es sieht so aus, als würde Jace hier jetzt zum Magier werden und ja, ich finde halt sehr auffällig in der Szene, das war das, was mich die ganze Zeit beschäftigt hat, wir sehen das Gesicht von diesem Magier nicht, aber wir sind immer kurz davor, es zu sehen oder wir, es ist halt geschwärztes Gesicht und vielleicht bin ich da zu Nolan traumatisiert von, aber das ist für mich jetzt so eine Szene, wo dann, die dann im Finale in Folge 9 nochmal aufgegriffen wird, wo wir dann aber eine Sekunde später wegschneiden und die Kamera dann gerade weit genug hochschwenkt, dass wir das Gesicht von diesem Magier sehen und dieser Magier ist eigentlich Jace, halt nur in Älter, das ist so, davon gehe ich jetzt mal aus und das habe ich mir so die ganze Zeit dabei gedacht, in jedem Fall ist es ein krasser Moment und wir checken jetzt, warum Jace das gemacht hat, was er beim letzten Mal gemacht hat. Okay, also ich habe ja schon gesagt, ich weiß so einige Sachen, ich weiß tatsächlich auch, wer der Magier ist. Echt, du weißt es? Ja, ja, das weiß ich. Okay. Aber ich werde, ich werde jetzt gespoilert. Wurde es nicht gespoilert? Doch, da wurde ich jetzt gespoilert, nicht von Marvin, sondern von was anderem. Okay, ne, also es kann auch sein, dass er es nicht ist, aber ich kenne die Vermutung der League of Legends Community, sagen wir es mal so. Okay. Ne, ich nicht. Okay. Aber ja, sag mal, du hattest noch einen Take zu der ganzen Sache, oder? Ich hatte noch einen Take, der ist nicht so wirklich ein Spoiler, weil ich habe ja schon gesagt, es gibt so ein Void in Arcane. Das ist jetzt noch nicht in der Serie so krass gezeigt worden, aber es gibt irgendwo auf der Karte so ein Land oder immer mal wieder so Risse in der Dimension, wo einfach so Arcane-Chaos herrscht, wo das Arcane einfach so für Chaos herrscht und dort in diesen Ländern, wo diese Risse in, oder es ist ein Land vor allem, glaube ich, kann auch sein, also Trogai wird sicher reinschreiben, was es genau ist, aber wo diese Risse in der Dimension ist, herrscht Chaos. Da geht alles kaputt, da wachsen komische Pflanzen, da kommen Monster heraus und die meisten Menschen, die dorthin gehen, die ufen einfach. Es gibt so ein paar Leute, die darin leben und die da kämpfen gegen die Monster und die versuchen, das Arcane zu bekämpfen, aber das ist eigentlich ein riesiges Chaos, einfach dieses Void, das sich da ausbreitet in diesen Ländern und ja, es gibt dann eben Magier, gewisse Magier, so genau bin ich auch nicht darin, die irgendwie, glaube ich, das Arcane unter Kontrolle halten wollen, nach diesem großen Krieg, der damals da war, von dem Heimerdinger ja auch erzählt hat in Staffel 1, so genau weiß ich auch nicht, aber das ist jetzt zumindest mal das, was ich zu diesem Void weiß. Okay. Und meine Vermutung ist jetzt hier, das hat mir Marvin nicht gesagt, ob das möglich ist, aber meine Vermutung ist hier, dass wenn du zu viel Arcane-Energie aufbaust, dass solche Risse entstehen können und du dann eben, ne, und im schlimmsten Fall geht dann dort ein neues Void auf. Ja. Das wäre so meine Vermutung, die ich jetzt habe, aber ich weiß, wie gesagt, nicht, ob das möglich ist, weil ich, ich kenne die Karte, da ist auch an einer Stelle ist so ein Void eingezeichnet, aber sonst irgendwo anders und ich frage mich, ob das an verschiedenen Stellen aufgehen kann. Boah, ja, das wird spannend, also es sind halt echt nur noch zwei Folgen, da muss noch einiges kommen irgendwie. Ich bin sehr gespannt drauf, die werden wahrscheinlich auch rein lore-technisch hier nicht alles erklären, Arkane setzt seinen Fokus immer auf die Charaktere, das haben wir erkannt, aber es wird sehr spannend, also auch, auch was diese Statue, also es könnte ja sein, dass diese Statue, die da oben stand, dass es auch Jace war, der irgendwas machen wollte. das war, ja, das ist ja das Krasse daran. es kann irgendwie noch so viel da jetzt passieren, ich bin übertrieben gespannt. Ja. Also, ich sag mal so, ich sag mal so, ich gehe, das Einzige, wo ich mir sehr sicher bin, dass es passiert und ich hoffe, dass es passiert und ich freue mich darauf, ist, dass Echo einen krassen Kampf mit seiner Fähigkeit da bekommt und ich hoffe, da rasten die nochmal richtig aus mit der Animation. Darauf freue ich mich sehr und sonst bin ich einfach gespannt. Ja. Ich habe tatsächlich das Warshow-Bild von der nächsten Folge schon gesehen, ich kann mir vorstellen, worum es da gehen wird. Das würde ich jetzt auch kurz sehen. Da ist Jace mit dem Magier, glaube ich, drauf. Warte. Ah, hier. Aha. Okay. Huh? Dann, ha. Hey, ich bin echt gespannt und ich sehe jetzt hier auch gerade das letzte Bild. Boah, das wird echt spannend alles, Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, keine Ahnung. Fazit von mir, geile Folge, was soll ich sagen? Hat Spaß gemacht. Ja. Ja, ich frage mich, wie sie das Ganze jetzt auflösen, weil ich kann mir jetzt schon mehr vorstellen, wie sie es zu Ende bringen werden. Ich hoffe, sie machen es intelligent, weil sie haben jetzt die Möglichkeit, jede Figur quasi einfach so zurückzubringen. Aber mal schauen. Ich bin auch gespannt, weil, also ich muss sagen, diese Folge war genau das, was ich erwartet habe. Da war ich mir sehr sicher, das wird die siebte Folge, dass wir halt sehen, was Echo macht, aber vor allem auch, warum Jace das getan hat, was er getan hat. Richtig spannend wird für mich jetzt Folge 8, weil ich habe noch nicht so viele Vorstellungen, wie es in der realen Welt weitergeht und das werden wir dann wahrscheinlich sehen. Du hast immer so ein Setup für ein Finale, das ist das Wichtigste, was du vor einem Finale haben kannst, dieses letzte Setup. Wenn das gut ist, freuen sich alle aufs Finale. Wenn das kacke ist, habe ich Angst vorm Finale. Ja, so sieht es aus. Ja, dann sind wir durch, oder? Ja, Frage. Glaubst du, also ich glaube tatsächlich, sie holen nicht mehr so viele zurück, sondern ich glaube, am Ende werden einfach so einige übrig bleiben. Auf jeden Fall Jinx und Vai und sie werden dann einfach die Peltowa und die Unterstadt oder Zaun aufbauen gemeinsam. Glaubst du, sie machen jetzt nochmal so einen Zeitsprung und restarten alles am Ende? Boah, das ist eine gute Frage. Also, es wird auch spannend, sehr, dass alles übrig bleibt. Ich würde es ihnen nicht raten. Nee, ich auch nicht. Also, ich sage mal so, ich sage mal so, wenn wir jetzt als Ende wäre für mich, ich hoffe, dass die Charaktere ein schönes Ende bekommen, dass es nicht so ein trauriges Ende wird. Ich sage mal, eigentlich kann man, für mich ein cooles Ende wäre, wenn du sagst, okay, wir nehmen Vi, Caitlin, die bekommen ihre Zukunft irgendwie zusammen. Man nimmt vielleicht Echo Jinx, die sich tatsächlich näher kommen und da dann auch ihre kleine Love Story haben können. Ja. Und dann bin ich eigentlich auch schon zufrieden. Ja. Wenn die vier glücklich werden. Achso, und Jace. Jace soll mit Mel irgendwas machen, keine Ahnung. Die gibt es ja auch noch. Die wird auch noch irgendwas machen, stimmt. Zu den Medadas weiß ich jetzt mittlerweile auch so ein bisschen mehr, aber das besprechen wir. dann, wenn es soweit ist. Yes. Ja. Dann sind wir, glaube ich, durch mit dieser Folge. Wir freuen uns auf die Nächsten. Vielleicht seht ihr das sogar noch heute, fällt mir gerade auf. Vielleicht laden wir sogar heute hoch. Dann habt ihr mal eine sehr aktuelle Folge. Mal schauen. Auf jeden Fall, übermorgen geht es wahrscheinlich für euch weiter. Ja. Lasst gerne auch ein Like und ein Abo da, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Schaut Arcane. Wenn ihr es noch nicht getan habt, seid ihr ein bisschen scheiße. Also, äh, ja. Ey, weißt du, was das Schlimmste jetzt ist? Was? Wir nehmen jetzt hier um, um 15 Uhr gerade ist es bei uns. Wir nehmen jetzt hier gerade um 15 Uhr auf, falls ihr das heute noch seht. Ich, wir haben nur die eine Folge gesehen für die Aufnahme jetzt, weil wir spoilern uns nicht. Und ich kann heute Abend nicht, nicht die nächste Folge sehen. Nein, das ist hart. Ich gucke, glaube ich, noch weiter. Ich bin jetzt, ich bin jetzt ohne Ende, äh, habe ich zu tun und dann bin ich beim, bin ich am Streamen noch. Stimmt. Boah, du bist ja noch am Streamen. Ja. Ja. Hm. Vielleicht auch mal ein Watchalong machen, wenn es hart auf hart kommt. Nee, kann ich nicht. Das kann ich nicht. Nee, ey, dann, ähm, ja, ich genieße sehr wahrscheinlich heute irgendwann noch die, die 8. Arcane-Folge. Du dann wahrscheinlich morgen, ähm, ja, wünscht uns viel Spaß dabei. Ich glaube, wir würden dann aber sagen, äh, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.